Da wartet er schon vorm Fenster! Okay, let's go! Was geht denn hier so ab? Da gibt es ein Brett. Was ist das? Ohhhh, hallo! Taschenlampe! Was geht hier? Okay, you pick the key! Door is locked! Drei... Hallo? Ich weiß ja nicht so ganz ob mir das gefällt. Oh! Hey! Servus! Na 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 na... Kunst oder kann weg? Das ist hier die Frage. Na gut, lass uns mal... Was geht da? Uh, was ist da jetzt? Ohhhh, Kugeln! Kuuuugeln! Kuuuugeln! Kugel, Kuh... Achso! So, Servus, alles klar! Äh, was, was... Schaukst denn du da auch? Läuft da Halloween? Ach, wie geil! Da läuft sogar Halloween! Haha, wie gut! Da gibt's auch Bier! Finde ich gut! Was gibt's da noch? Keine Ahnung, Whisky oder Gin? Man weiß es nicht. Okay... Na dann... Da will jemand, dass wir ans Telefon gehen. Hallo? Na, wer wird denn das wohl sein? Send Tommy to sleep! Hallo Tommy! Geh mal ins Bett, du Drecksbalk! Oh, was ist da? Uh, ein Schlüssel! Oh, yeah! Aha! Aha! Oh, das knarrt! Na, was geht hier? Oh, hallo! Was geht hier? Schon wieder ein Schlüssel! Hervorragend! Was geht denn? Oh! Wir werden uns gleich verstecken, ha? Okay, gehört nicht zu dieser Tür. Da ist Tommy. Warte, ich will erst wissen, was da ist. Wir haben noch einen Schlüssel. Doesn't belong to this door. Okay, dann gehen wir halt zum Tommy. Schläfst du schon? Kleiner Dommy. Sag mal, wie schläft denn der? Kopf so... in se... in se Ding rein, in se Decke rein. Okay, Dommy, alles klar bei dir? Was geht da so? Was geht da so? Okay, cool. Hä? Was war das? Close... Ah, close... Ah, hab ich noch gar nicht gelesen. Close Open Windows. Hat der da ein... Open Window gehabt? Nee. Oh. Ich hoffe, das ist jetzt nicht auf Zeit, ne? Was hier? Nicht, dass der schon drin ist. Das wär jetzt scheiße! Okay, zu! Okay... Machen wir mal lieber hier zu... Wer lässt denn auch nachts alle Fenster offen? Sag mal... Habe ich jetzt alle Fenster zu? Okay... Ist jetzt... Alles gut hier? Alles gut hier? Was war das? Was war das? Ist der Dora jetzt lockt? Nee. Okay... Da wollte doch gerade jemand rein. Krullemoktu! Du kleiner... Penis! Na toll! Ah, warte mal! Ich hab doch schon... Haha! Ich hab doch vorher schon eine Taschendamme gefunden. Schauen wir mal, ob der Tommy noch da ist. Das kommt von allen Richtungen. Tommy? 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 Ah... Wer are you, Tommy? Oh, da steht doch jetzt jemand hinter mir, oder? Was ist das hier? Was ist das hier? Alter! Ver... Ver... Piss dich! Ach ja, genau. Jetzt haut er mir die Tür vor der Nase zu. Mhm. Hm... 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 Ah... Locked. Aber wir haben einen Schlüssel. Mein Kater spielt gerade verrückt im Übrigen. Fässer? Ach ja. Fässer? Übrigen! Tadadadadadadadalala... Ah... Aus? Was soll ich machen? Ah! Luft anhalten! Michael, bitte, gehen Sie. Hier gibt es nichts zu sehen, Herr Michael. Herr Michael, bitte verpissen Sie sich. Hier gibt es nichts, aber auch gar nichts zu sehen. Sie können ruhig wieder gehen. Gehen Sie ins Haus. Da oben ist noch so ein kleines Drecksbalk. Das können Sie sich holen. Ist der jetzt weg? Oh, kill Michael Myers? Aber ich habe doch gar keine Waffe. Da kommt gerade die Treppe runter. Und ich kann mich hier nirgendwo verstecken. Ja, cool. Huch, wo ist er denn? Oh, da ist er. Oh, shit. Ja, lass mich doch. Okay, irgendwie bin ich gerade gehanden. Scheiße, ich bin am Zaun hängen geblieben. Oh nein, ich bugge fest. Okay, aber wir wissen, wo die Waffe ist. Okay, wo war die Waffe? Oh, shit. Wo ist die Waffe? Okay. Okay. Okay, ist die jedes Mal woanders. Äh, ich habe den Überblick verloren. Äh, fuck. Wo ist die Waffe? Okay. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, Schock-Schwere-Node. Oh Gott, Schock-Schwere-Node. Oh Gott, hab ich keine Munition mehr Und ich seh auch nix Ich seh nichts Ich seh nichts Gibt's hier noch Munition? Fuck Fuck Komm, dreh nicht immer durch Sondern mach mal Ich brauch noch ein bisschen Munition Geil Ich hab Munition Ja Ist er jetzt tot? Halloween Fanmade Game Cool Schönes kleines Spielchen Schön Hat mir gut gefallen Einmal will ich noch Hoffentlich steht er jetzt nicht nochmal auf Nee Hey, schönes kleines Spielchen Halloween Hat mir sehr gut gefallen Hervorragendes kleines Fan Game Fanmade Game Vielen Dank fürs Zugucken Ich hoffe dir hat's genauso gefallen wie mir Und Bis zum nächsten Mal Ciao Bis zum nächsten Mal 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 Bis zum nächsten Mal